Mal gucken, ob ich auf diesen Dings-Proben schlafen kann. Ja, hab ich auch gerade dran gedacht, aber als das direkt... Ey, wenig bleibt da hinten stehen, dann sterbe ich gleich. Und? Jetzt fährt's runter. Ey, man kann da nicht drauf landen. Nee, man backt da durch irgendwie. Ach, schade. Ich hab gedacht, du langst jetzt drauf und fällst runter. Ja, hab ich auch gedacht und dann sterbe ich nachher, weil ich runterfalle. Egal, ich hätte so lange gewartet, bis du unter mir bist, dann holst du mich wieder. Ja, nee, 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 ich hätte dich erst gar nicht wieder geholt. So'n Ding ist das. Oh! Komm rein, ich hab ihn. Ich hab ihn. Aber da von irgendwo da oben wird noch geschossen, pass auf. Von irgendeinem Dach, ich bin mir nicht sicher. Um welchen. Ey, meine Granaten gehen in diese Röhre rein. Ey, kacke. Ich hab alle verkackt, die sind weggeflogen, einfach in der Röhre. Tch! Komm, den Huls bitte. Ich bin gläht down. Wo ist denn der? Er hat erst 40 Läden, 40 Läden, nein, nein, 40 Läden, das kann nicht sein, dass du den wieder abstaubst. Warte, hier ist irgendwo ein Auto, ey, sammle meine Marke, hier ist noch ein Sniper, beeil dich, damit die Zone kommt, beeil dich, ne, ja, warte, okay, die brauche ich nicht, scheiße auf Sniper, ey, was ist denn mit dem Auto machen, wirst du den mal an, guck dir einfach zur Wand, ich hole einfach irgendwas, scheiß drauf jetzt, guck mal wie er da steht, in dem Moment bewegt er sich weg, jetzt haben die uns im Visier, na toll, einer, zwei haben 20 Hits, gehen wir da hoch, ne, zu riskant, lass irgendwie ein Vulkan, oder, aber da kommen so scheiße rein, oh Gott, oh mein Gott, wir sind ja hier unten ziemlich lost, oh, die müssen weg, oder, müssen die weg, ja, die müssen weg, die müssen noch raus, oh Gott, ich chill' hier hinterm Stein, Junge, die ficken mich hier richtig, wo ist denn jetzt, die gehen in den Vulkan, ja, aber die haben sich hyposespumt, ne, die, die sind oben drauf, die sind oben drauf, die sind oben drauf, die sind oben drauf, oh fuck, Alter, wir sind wirklich lost hier, ja, Alter, aber die ist komplett andere lost, und ich hab nicht viele Materialien, insgesamt alles zusammen 400, aber ich hab 500 insgesamt, aber wir haben Vorteil, guck mal, wir können schon mal eine Sohn, oder, der wartet aber nur von uns, was machen die, den einen hab ich 30 Leben gezogen, den rechten, auch Herrgott im Himmel, ich hoffe, die werden so von hinten gesniped jetzt, ne, den einen hab ich wieder 30 Leben gezogen, den rechten, ja, können die nicht mehr so viel Pech haben und auch von hinten gesniped werden, den einen hab ich auch, den linken hab ich, den linken hab ich auch einen 30er Headshot gegeben, nice, ey, warum werd ich immer gesniped und die nicht, man, komm jetzt auf Krampf in der Sohn, komm, 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 immer werd ich gesniped, komm, wir haben eigentlich ne richtig geile Posi hier, Achtung, ich glaub, die sind da noch rechts, oder? Ah ne, die schießen da unten drauf, die denken, wir sind da noch, hier ist ne Sniper aus dem Loot Drop gekommen, falls du willst, nö, ich kann die nicht mitnehmen, die laufen unten, warte, wir müssen die unter Druck setzen, er muss kommen, sind die nicht zu zweit? Oh nein, er fliegt, er fliegt, er fliegt, oh nö, Geysir, der landet bei uns drin, oder? Nö, nö, hinter uns, hinter uns, hinter uns, ich hab noch Jump Head, warte, ich geb dir auch einen Jump Head, zur Sicherheit, komm, rüber, nice, die haben sich da unten eingebaut, ach da, wo sind die anderen, es leben noch sieben andere, wo sind die alle? Ja, ist halt echt so, äh, unter uns, unter uns, sie sehen, 30er Headshot, ach da, ja, pass auf, die anderen da auf, der ist alleine, der ist alleine, pass auf, die anderen da auf, die ist ne, und sonst, er läuft hier unten, zwei Stück sind das da, ah ne, die kalten, wir müssen, wir müssen, wir müssen, ich hab gesetzt, ein Ellungs, ich hab gesetzt, nein, nein, warte, Nein, oh, egal, wir haben geile Posi, guck mal hier hoch, alter, richtig stabile Posi, der ist hier landet hier irgendwo hinter dir bei mir oh hier fliegt ja auch noch einer da sind die hier gerade uns aufgesnipet haben ich hab hier position geholt holt die Zone auf was ist das? hier ich hab noch meinen Junkhead komm geh hinten rauf hab einen einen hab ich noch einer hier 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 hier